In der Sekunde halt dein Vorteil, ne? Jetzt gib mir noch so'n Fünfer... Sorry, shit. Boah! Er zieht erstmal hier den Nischen. Alter, gleich zum zweiten Mal! Zwei mehr hintereinander! Was los mit ihm? Ja, und ich hab' den Achter gezogen. Doch. Also ich sag' mal, ich hab' ja viele Spiele gespielt. Ich habe Last Chaos, Perfect World, Aion, Guild Wars 2, Boah! Schieß mich tot und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Das Spiel hat mich eigentlich von Anfang an schon gefesselt. Wo ich das das erste Mal gespielt habe. Auf dem chinesischen Server. Und ich fand's über den Trailer schon richtig geil. Und ja. Weiß ich nicht. Es gibt halt so Spiele, die fesseln einen. Und es gibt halt Spiele, die tun's halt nicht. Und ich mein' ich hab' auch Skyforge jetzt gezockt. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm. Und das hat mich halt nicht so gefesselt, ne. Also von daher. Die lege ich noch mal. Und ähm. Ja. Wie gesagt. Es gibt was, was einen fesselt. Und es gibt Sachen, die fesseln einen nicht so. Und. Ähm. Man muss das Spiel einfach gespielt haben. Um. Um. Das richtig ausdrücken zu können. Man kann's kaum in Worte fassen. Ich sag mal. WoW hat mich auch nicht so gefesselt. Und. Von daher. Na. Wer schreibt denn da NTS? Ach. Komische Bot. Mal kurz. Ich könnte meine trouveras ausprobieren. Ich hab' Kontakt mit meinem Sch закert und leopard. Also. Was? Wenn tat zu福な, wenn meine 1952verfiegeist wird. Ok. Jetzt. Warum? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So. ... 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